Oh krass! hmmm... Kittiges Alter, nicht im Ernst Ich weiß Ich weiß Schön, dass du ihn unterbrochen hast Ja War mit Absicht Äh, verpiss dich da mit deinem LKW Ja, ist leer Weil ich hab das Häckselgut hinten drauf Und was soll ich transportieren mit dem? Äh Ruf damit Genau Weil du hast glaube ich noch Häckselgut Beziehungsweise nicht Häckselgut Sondern irgendwas anderes drauf Ich hab gar nichts drauf Nein, er hat nichts drauf In den kleinen Hänger ist noch hier Häckselgut drin Was du übrigens noch zur BGA schaffen kannst Und Leute wie ihr seht Wir spielen heute statt arg Weil der Server sich nicht so Verhalten will als eigentlich ähm also es war eigentlich arg geplant Ich fang Ich fang mal von vorne an Ja Ähm Erstmal Hallo und herzlich willkommen Ich danke auch dem Kiddigis dafür dass er heute mitspielt dem Strohwolf dem Fumpy für diese wunderschöne Erklärung Ja und effektiv Es sollte eigentlich arg sein aber ja der arg Server aus irgendwelchen Gründen denen wir nicht so nachvollziehen können äh will nicht der mag mich heute echt der soll ich war schon drauf und dann wirklich einfach hinzuschmeißen heute mag der Wurgensohn BGA Ich jetzt damit mit dem bisschen hier Ja Da ist schon ne Menge Da ist schon ein bisschen was und das das sollte das BGA Äh wenn ich ne Plane ähm drüber geschmissen hab kann ich sie nicht mehr wegmachen Doch nochmal entdrücken äh aber da wird ja nicht angezeigt Weil ich hab hier noch etwas Silage was ich hier wegbringen wollte aber hab ich jetzt vergessen Da nimmst nen anderen Tank Ja ein bisschen mehr Wo hast du wo hast du sie Achso die Plane ne das muss auch mal hier fermentieren Ja super Weil ich hab in dem einen Traktor noch Silage was das Seelenlicht da reingekommen war bei unserem Lauf Ja das eh das sollst du ja wegschlafen Das tut's halt in den nächstes Reibfilm Na wohl Oh Da mach ich dann aber keine Plane drauf ne Nein Was? Das geht auch noch nicht Das geht auch bei der geringen Menge noch nicht Ja Wo hast du noch 15.000? Mindestens 10.000 müssen zu sein glaube ich Und ich hab 15.000 Achso Das kleine Stückchen Du wolltest doch aufnehmen Ich hab mich schon gewundert Warum greift der denn da ins Leere? Ja Ah noch ein Stückchen zum äh zum Häcksler Jetzt zu Äh nein Ich sehe das Ich sehe das Ich sehe das Ich musste hier ja Un-be-dingt Da Ne Kleines Stück Und das ist übrigens hier im Multiplayer beim LS15 noch beschissener ist mit den Häckseln Von den kleinen Zeug Das Das hab ich aber schon gestern gesagt Hm Ja Gut Sei doch zufrieden dass du überhaupt zocken kannst Genau Das ist ja Also deine Definition von klein ne Die ist in Sie ist sehr interessant Mhm Wieso Weil das ist Doch ein etwas Längerer Ast Hm Äh Da ist nicht dieser ganz Da ist nicht dieser kleine Stummen nur Ist doch ein bisschen mehr Ja Das ist ein Kleiner verpackter Ast Denn nur an dieser Stelle dort anfassen kannst An diesen kleinen Dreckigen Stummen Ja 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 Mhm Einfach Kettensägel raus und einmal weg damit Das geht nicht Da hast du noch kleinere Pitzel Hm Das ist ja das Problem Bei den Bei diesen Fischern Bei LS17 Kannst du das Ding Hier in die Hand nehmen Und hier Hier einspeisen Ich habe eine Frage Was ist mit dem Radlader hier Den habe ich gestern gekauft Weil wir Da äh Weil ich mir davon versprochen habe Ja der ist doch jetzt weg Ey der Radlader den kannst du uns schälen lassen Damit kannst du verdichten Beziehungsweise dann das Zeug in die Einheit füllen Aber da hinten steht doch auch noch einer An einem Silo Ja 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 Na Aber der grad leider der war eigentlich nur dafür gekauft worden Um die Äste zusammenzuschieben Aber das hat nicht so funktioniert wie ich das haben wollte Äh Also wer kann damit Äh 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 Und der Geldforschläge doch Ah das ist weg Äh ich sag's mal so Wir haben mehr als genuss Geld Peter Ja ich weiß schon aber Ich hab ich hab euch das von vornherein gesagt Bevor wir die ganze Zeit doof rumstehen Ne Ich weiß schon ich weiß schon Du willst das einfach nur einfach machen Äh By the way Ähm Sind die Helfer eigentlich alle mit den Feldern fertig? Äh Die Das musst du mal dir angucken Ich hab bloß einen Helfer hier weggefahren schon mal Der war fertig Mhm Aber die anderen tun ja hier dann anhalten wenn du den so vor Äh Ja Dann muss der Helfer noch arbeiten jetzt Ja Also wir haben noch Oh Der eine Helfer war fertig hast du gesagt ne? Der eine Helfer Ja Der war fertig Ja So der ist da An Feld 11 ist das glaube ich Was ist mit den Hackschnitzeln hier im Lager? Die können wir dann irgendwann mal herausholen Mhm Mhm Okay Ja das kann ich doch jetzt mal machen Ich bin ja eh hier und hab nix zu tun Dann Äh Ja aber da brauchst du Du brauchst ja nen LKW dafür aber Ja Ja steht doch hier auch Also wir haben mehr als genug LKWs So jetzt So jetzt Jetzt muss ich mal gucken wo noch hier Zeug steht So jetzt gucken wir mal wo ist Also Feldfall auf äh 13 ist gleich fertig Ja Äh Der fährt noch eine Tour ist das glaube ich Ja eine Bahn Mhm So da ist nichts mehr drin So ok Äh das heißt wir können jetzt gleich mal die Zeit vorlaufen lassen Äh Äh Ich hab hier noch mehr als genug zu tun Äh Ja das sollte jetzt die Zeit nicht wirklich beeinflussen oder? Äh Nö das nicht aber Äh Stimmt Das heißt wir müssen Ansonsten hat ja keiner Trag Äh Düngerstreuer kaufen Äh Darum kann ich mich ja kümmern also um das Düngen Ähm Weil wir sonst gar nix Ein Einen Düngerstreuer wird 26 Zwei Düngerstreuer sind jetzt gerade gekauft Äh Stehen an der B Die stehen hier am Händler Ganz ehrlich gesagt Mhm Hättest du lieber die Spritze die Spritzen genommen Äh Wo finde ich die? Unter Felsspritzen Direkt unter den Düngerstreuen Ah Einmal vorne einmal hinten Mit Zusatztank Also beide einmal zünden Beide einmal jeweils kaufen oder was? Ja Weil der Vorteil von den Spritzen ist Das du genau siehst wie hier wo du so arbeiten hast Was du bei den Düngerstreuern halt nicht hast Sind beide auch gekauft Wie gesagt musst du selber entscheiden was dir besser gefällt Ähm Achso okay ich sehe schon ja Ähm Ähm Ne mit dem Traktor kriege ich das nicht dran ne? Doch Aber es muss auch der richtige Traktor sein dazu Oder das richtiger Traktor Nicht dieser mit diesen Mit den Kettenfahrzeugen Das muss der richter Traktor sein wie der Deutz zum Beispiel Ja mit dem müsstest du sie dran bekommen Musst du bloß richtig ran fahren Also der größere Teil kommt hinten dran das war schon richtig ne? Ja du fährst aber gerade falsch rum ran Genau du musst von der anderen Seite dran fahren Dort wo die Drei-Punkt-Aufhängung ist Achso Das sehe ich außer Entfernung Ja ähm Woher soll ich das jetzt? Ja der ist unser Profi-Bauer halt Ete wahr? Das andere kommt vorne dran Nope Oder muss ich das noch auf Den musst Du von hier an nehmen Aufnehmen Hihihi Schieb die Zange einfach beiseite Wohin mit den Höckschnitzeln? Äh zum Wo war das nochmal hin? Zum Heizkraftwerk Ding ins Kirchen da noch? Ja genau gute frage warte mal ich habe gerade ja super das ding fällt durch und durch das müsste hier mit strobe du sollst du aufnehmen du solltest ankuppeln nicht einfach weg schieben hier da ist auf das da ist ein hängerpunkt alle haben sie den landwirtschaftssimulator aber keinen plan davon wie man damit spielt oder was ja natürlich nicht warum soll das auch nur ein spiel ich kaufte noch mal ja die spiel auch nicht so wie du kannst du es auch zurücksetzen auf der karte also ich sag mal so wenn ich ein spiel kaufe dann spiele ich das auch tut es nicht irgendwie in meiner bibliothek vergammeln lassen ja er hat so wie tosten doch so jetzt hier drei vergammeln lässt wo fülle ich den noch mal auf was ist der symbol noch mal dafür ja was für diese tank dieser flüssig tank am hof ist für dinger was ist hof östlich vom shop oder was stop ja östlich vom shop ja ok gut danke so lkw ist da soливоis soo soo ok so auch sooo ok sooh ok sooo ok akun 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 so dann fahr ich jetzt so ach, hat auch immer so intelligent und hat in mir zu gebrochen gestellt ich werde jetzt, ich werde jetzt zu tun, als hättest du, als hättest du da jetzt nichts gesagt, ok? ok Schrobo, auf welchem Feld dünnst du? ich wollte 15 düngen ok weil dann schicke ich mich jetzt einen Helfer auf Feld 11 hoch ach so, ok bin Dümmer ne gut, alles klar ah so